Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man euren Bitmoji Avatar auf Snapchat ändern kann. Dafür geht ihr erstmal auf Snapchat drauf und drückt oben auf euer Profil. Dann drückt ihr oben auf ein Avatar und drückt auf mein Outfit ändern. Nun könnt ihr hier Änderungen vornehmen. Ich hoffe, ihr könnt euch weiterhelfen und würdet mich über ein Liken und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.